Moin moin und willkommen zurück. Während Ellie hier sorglos in The Last of Us rumgeht um dieses komische Taxi, müssen wir uns mal einen Überblick verschaffen, denn wir müssen jetzt irgendwie darüber. Wir wissen, wir haben schon gesehen, da sind einige Gangster, weil es gibt einige, so wie Ellie, sie kann, glaube ich, auch nicht schwimmen. Das heißt, ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir rauf hilfst, kann ich das Brett bewegen. Wie? Will ich das Brett noch hierher? Guck mal. Ich muss aber was holen, womit ich sie da ein bisschen... Wir brauchen irgendwie was Brettermäßiges, um sie da... Hey, da ist wieder eins von diesen Flooddingern. Ja, ich hol das mal. Hast du ja schon gesehen. So. Dann können wir Ellie auf jeden Fall hier rauf helfen. Das behaupte ich mal. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Kack, dass ich nicht schwimmen kann. Leg das Brett so hin wie die. Ah, okay, dann kann ich die Arbeit wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, ich will hier irgendwas cooles gesehen, aber es ist ja gar nichts. Ja, ja, ich stand schon. Aber ich suche noch kurz einen Raum hier. Ich will hier irgendwas übersehen. Wollen wir nicht. Oh, wie das stinkt. Und geh da rüber, Mädel. Denk ich erst. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Ich glaube nicht. Wäre noch schöner. Alles klar, Ellie. Komm runter. Ah, wow. Edel. War ein Hotel was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich? Nein. Nein, das war viel zu teuer. Oh, das war bestimmt schön. Oh, hier ist wieder ein Safe, aber da müssen wir natürlich erst mal die Kombi wiederfinden. Aber die werden wir irgendwo hier im Hotel wohl schon finden. Der Computer wird uns wohl das nicht mehr sagen können. Da kommen wir doch hin. Ja, da kommen wir schon irgendwie hin. Aber das ist aber hier durchsuchen. Nichts, wenn wir den Safe da irgendwie aufmachen können und wir das nicht versuchen, das wäre blöd. Ich vermisse Kaffee. So, ich dachte, den können wir vielleicht auch bewegen oder irgendwas. Aber ich sehe hier auch keinen Text oder irgendwie irgendwas, was irgendwo drauf steht. Ein Zettel. Okay, braucht er nicht so viel. Aber wir können die auch mitnehmen. Wir müssen die woanders hinstellen, dass wir irgendwo raufkommen, wo wir mehr sehen können. Stehen wir mal kurz hier hin. Und jetzt doch. Gucken wir mal, ob ich hier irgendwie so einen Raum finde, wo wir vielleicht zettelmäßig was finden. Da liegt da noch was. Da ist er doch. 22, 10, 56. 22, 10, 56. Lass uns das mal machen. Okay, das geht nicht, aber... Warte mal, bevor wir das machen, konnte ich hier noch mehr erreichen. Nee, da geht es zu. 22, 10, 56. Das klingt doch ganz gut. Annehmbar. Annehmbar. Weil es ja meistens genug Schrott drin und auch alles andere, wo wir was bauen können. Beziehungsweise vielleicht auch eine coole Waffe. Mal gucken. So. Hier kommen wir zum Safe da. Ja, ich dachte, wir können die schön drüber laufen. Pflicht. 22, 10, 56. So. Dann lass mal machen. So. Wunder Klärchen. Reinforcement. Lass mal lesen. Verbesserer Haltpaket von Klingen. Verstärken. Die Haltpaket an Klingen zu erhöhen, kann sich als wichtiger weisen, wenn der Satz nicht nur unter begrenzt verfügbar ist. Das ist doch gut. Haltpaket erhöht. Perfekt. Perfekt. Gut. Und da? Schön viele Teile, um unsere Waffen zu bauen. Ist da noch mehr drin? Nee. Perfekt. Es lohnt sich immer, die kleinen Safe-Dinger zu öffnen. Da finden wir immer gute Teile, um mal weiterzukommen. So. Das ist die Frage. Ein paar Schuhe wird nicht funktionieren, aber wir können ja hier hoch. Zeit für etwas Lustiges. Na. Vorsichtig. Mal kurz gucken. Wollen wir unsere Klinge jetzt bauen? Okay. Ob die hier unsere Klinge jetzt schon ein bisschen besser sind? Liebes Weibler ist, aber. Oh Mist. Runter, runter. Wie viele sind das jetzt? Fünf diese Woche. Kein Grund, sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch. Wir wollen seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich. Und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay. Wie auch immer. Okay. Hey, wie wär's mit deiner Essenspause? Nee, vielleicht in einer Stunde. Wir sind nicht von dem Rücken. Alles klar. Wir haben noch Doppensrichtung. Aber gerne doch. Wir haben jetzt. Wir haben jetzt. Vielen Dank. Warte mal, den kriegen wir auch noch von der Seite, oder? Warte mal, den kriegen wir auch noch von der Seite. Wir müssen uns auch noch angeln. Geil, dass die gar nicht gesehen werden, ich meine, das wäre auch echt fies für uns. Okay, jetzt habe ich es gebraucht, tauschen wir den ein. Das sind gar keine mehr, aber ich weiß es nicht. Das macht doch jedenfalls Sinn, die Räume nochmal zu durchsuchen, oder? Wenn wir es nicht übersehen haben, oder so. Jetzt ist alles schon durchwühlt worden hier. Also man findet gar nichts mehr. Es ist nichts Behauptbares mehr. Nervig! Na gut. Jetzt ist auch nichts. Das ist wahrscheinlich der Weg hier, wo wir rein müssen. Jetzt könnte ich gut meine Maske hier brauchen, diese Gasmaske, damit ich den Qualm einatmen muss. So was nicht gedacht, aber der ist hinüber. Gut, lassen wir hier hinten erstmal längs gehen. Hier ist auch alles dicht. Ok. Komisch, dass einige Türen so versiegelt sind und einige nicht, ne? Ist eigentlich auch merkwürdig. Wahrscheinlich haben die Programmierer auch keinen Bock mehr gehabt, das Ganze aufzumachen. Kann ich auch verstehen. Ja, ich höre es auch. Ja, ich höre es auch. Ja, ich höre es auch. Ja, da ja. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich, du kannst das so gut. Wo hast du denn das Killing gelernt? Oh, das liegt mir im Blut. Früher im Sommer, wenn uns langweilig war, haben wir nichts anderes gemacht. Hm, mitnehmen. Kann sein, ne? Komm ich mal hier ran? Nee. Okay. 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 So, was wir noch machen können. Hier mal nachladen. Muss alles schon mal bereit haben, wenn längeres sein sollte. Drücken auf. Oh. Hier, hier. Alter, der Kräfte oder was? Das ist ein bisschen wie Wolverine, ne? Oh 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 Hier geht's gut Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tore erschreckt! Holger, komm! Nein! Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Mach nur den Lohn! Ich versuch's! Okay! Wohin jetzt? Einfach was basteln kurz? Kann ich hier nix basteln im Wasser? Anscheinendlich! Ist doch dumm! Ja dann müsste ich das anders machen! Kann ich auch so machen bestimmt, ne? Kann ich tatsächlich nicht! Im Wasser kann ich es nicht anfertigen! Hey! Ist ja ein bisschen blöd! So ja, die können ja weg! Die war für ihn ja! Da hinten war ich noch nicht! Alter! Ich habe mich gerade erschreckt! Nein! Warte! Ich habe vielleicht keine Luft mehr hier! Da drüben! Ich muss irgendwie das Tor umgehen! Okay! Das Tor umgehen! Ah, hier! Das finde ich bei Zelda eine Mauer, die man expedieren lassen kann! Ja! Ich will noch links tauchen nochmal! Guck mal! Na, guck mal! Na, guck mal! Oh, Mist! ... Ich bin nicht okay. Ich bin nicht mal. Das ist ein Schiff. Ich habe Angst in mir nachher. Na bitte. Oh. 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 Oh, die Scheiße. Die Dinger. Ja. Oh. Wie viele Klicker sind die denn noch da? Da wusste auch keiner, dass gleich so ein Wichser kommt da. Da wusste auch keiner. Oh nein! Nein, weg, weg, weg! Oh, verdammt! Alter! Okay, fieser Kampf, fieser Kampf! Okay. Ja. 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 Oh nein! Nein, nein! Ah, Mann! Scheiß, Viecher! Ja. Ah, doch, sei Dank. Ein bisschen Munition wieder. Ein bisschen ärgerlich immer. Okay, dann müssen wir ein bisschen leben machen, also heil machen. Mieses Viech, ey! Viecher! Ja, ganz gut. Jetzt geht's nochmal nicht weiter. Werden wir gerade. Wann mal gerade? Da geht es runter im Schmuddelwasser wieder. Wahrscheinlich kann man auch hier hochgehen können. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Voll verseucht hier. Ah. Security Code. Geschafft. Gleich die Maske ab, genau. Soviel dazu. Ich muss zu Ellie. Das ist ja nicht, ne? Mein Gott, ey! Oh, guck mal hier. Das ist ja gerade richtig für uns. Mal gucken, was wir nachbauen können. Oder verbessern können. So. Erstein zu dem Platz im Waffenkreuz, um schnell ein zweites Gewehr zu ziehen. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ein Ziel für ein Rohr? Wir machen das hier. Okay, das war 2 genug. Ein Ziel für ein Rohr war auch nicht schlecht, oder? Mach mal ruhig. Natürlich wäre es cooler, noch eine Dings da drin zu haben. Ähm. Guck mal, kriegen wir noch einen Schuss mehr da drin. Ist auch nicht verkehrt. Das ist zumindest ein gutes Gewehr für später hin. Nachladen kann auch ruhig mit schneller sein. Das macht nichts. Gut. Fertig. Ja. Sieht gut aus. Okay. Mal los, komm! Erwischt! Gut gemacht. Gebissen? Heute nicht. Du? Heute nicht. Okay. Schwärmt aus und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Was war das? Geht doch mal und guck. Könnte ja alles möglich sein. Geht doch mal. Geht doch mal. Geht doch mal. Geht doch mal. Ach du Scheiße. Geht doch mal. Einer ist da noch. 2, okay. 3, 2, 1. down 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 Das hat schon mal da auch gehabt, wie nett von ihm. Wo stehe ich hier hin? Anscheinend ja nicht. Ja, dumm, kann ich dir direkt da hinstellen, oder? Ah! 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 Wow, das ist ein Wichser. Wow. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Kommt sie mit? Okay, sie kommt. Sie ist sauer und kommt nicht mehr mit uns mit. Bring Dexter, ne will sie seiner Mutter. Hier ist es nicht sicher. Jen ist durchgestrichen. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Steht darunter in Rot. Ich bin schon wieder trocken. Ah, ich bin schon wieder trocken. Ein Comic? Kann sich der Comic ja vielleicht mal irgendwann zu Ende lesen. Kräuter haben wir. Sachen brauchen wir anscheinend auch nicht. Kann ich rüber springen? Nein, versuche ich gar nicht. Guck mal, sitzt die da hinten gelangweilt. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Zusatz, wo es lang geht. Ich hasse das. Ich muss jetzt durchgucken, wie noch irgendwas ist. Perfekt. Oder auch nicht perfekt. Niemand nimmt, ne? Verbesserhaltung von Klingenwerkzeugen. Na, komm mal, wir halten einen Treffer länger. Oh, cool. Oh, das ist immer ein feiner Speisesaal hier. Wow, unglaublich. Na? Das kennst du nicht, Mädels. Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Okay. Später, als ich dachte. Hilt mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Hahaha. Sollten wir noch einmal aufwunden gehen, bevor wir hier durchgehen? Einfach, um zu gucken, ob nicht doch noch irgendwas hier liegt. Freilich, ne? Oh, hier liegt nichts. Doch, doch. Der Extra-Weg lohnt sich immer, ne? Der lohnt sich immer. Immer noch extra weggehen. So. Geh mal aus dem Weg, Göre. Schubst dich gleich hier runter, wenn du weggehst. Wenn du los. Alter. Alter. Wie ist denn jetzt? Nora. Niente. Hey. Na? Oh, Hallöchen. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip? Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja. Er will, dass wir alles sichern. Geh zum Tor. Okay. Verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Okay. Okay. Das kann nicht stimmen. Wenn überhaupt waren das Eindringlinge. Wir erfinden sie. Wie immer. Hoffentlich. Wie immer. thick Walkel. Und das ist tot. Das ist ein 845. Das ist ein 880. Er ist hier drin. Gebt den Deckel, ich gehe ran. Ich passe auf. Mal weiter so, Ellie. Komm rein hier. Ich habe ein schönes Metallstänkchen für dich. Gerade für den Schädel, gut genug. Nicht verlieren! Dafür wirst du bezahlen! Okay, los! Was? 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 Achtung! Geht mir weg. Bist du mit Zein? Geht mir weg. Boah, der ganze Abend abgeflogen. So witzig. Da ist noch der eine, oder? Gut gemacht. Da ist der! Oh. Da ist der! Ich fasse auf! Oh. Short later. Okay. Okay, ihr könnt kommen. Ja, du. Oder? Weil wir sind nicht so viele. Wir sind ja nur... Du kannst kommen, heißt es. Danke, Alina. Wie war ich? Wie wär's mit etwas... Deinerem. In deiner Größe. Das ist nur für den Notfall. Okay. Wie Profi hinten in die Buchse stecken. Klar, wie sonst. Voll okay. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst... Du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Voll, voll. Voll. Weiß ich, jemand mit einer Schruflinte? Irgendwie... Na, anscheinend nicht. Nun gut. Wir sind ja schon weit gekommen. Und werden auch weiterkommen. Aber jetzt machen wir erstmal einen Break. Und machen wir am nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.